das wie Connecet Sammel des Begues Reconnected die Reconnected ich weiß nicht was ich mein... oh Caro Caro hat Keitelen hehehe ja die Traps machen auf jeden Fall schon schaden aber die Bespören sind halt besser aber gut wie gesagt wenn man zielen kann na ja ich hab jetzt... wir haben schon relativ viel poked deshalb hab ich jetzt mein SESTI LOL LOL warte bloß der war böse zu mir haben wir vorher nicht gegeben na oder? das ist der CH9 komm von hinten drauf drauf na Caro? LOL LOL der Draven ja muss LOL der Draven du bist so ein Aas alter HAHAHAHA da geht er ab wir schaden nummer 7 der hier hat ein Laserschwert alter das Vader wie er sich flasht wie er sich flasht die Drexel ja auf den hier der hat komplette Tankrun drinne wie er sich flasht wie er sich flasht raven op läuft das und kill da ich den kill war klar so weit du weißt oh lol der ist auch ey der nimmt kaum Schaden alter ne der übertankt jemand auf den oh Gott Kuchen 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 das macht man nicht BAT der Tor hat mich angelüft BAM LOL FREE Nein F*** wir haben ja Clarity benutzt ich will es ist zahm oh mein Gott da kommt ein Fiss von hin da ist noch ein paar Fisch stirb Fisch stirb loll IGNITE Fisch IGNITE ok da ist TIEM UND ARS Dich der TIEMOT der TIEMOT hat den PENTA KILL das wär egal TIEMOT Du bist so ein Schisser Odenus! Weißt du, da fight dich schon, dann kannst du auch Kill stealn. Nee, Scheiß Dietlfott! Zeigte an der Blutung? Oh mein Gott! Was ist denn so schnell der Furt?! Warum bist du so scheiße, Alter? Du hättest locker die Katelyn töten können! Jaaa! My Q war nicht ready! Ich hab aber keine EP bekommen... ...Internettausfall, Scheiße! heul doch du mal vor Free ich will Karo Karo da kommt ein Ken, ich bin für den Ken ich hab Karo schon da ist noch ein Ken genug Snami Bullshit Bullshit You have slain an enemy Alter fehlt mir wenig für zwei Alter wie wenig Schaden denn Jaaaa Ich mein Assist LOL Ich hab keinen Mana Ich hatte keinen Mana Du hast keinen Mana hier Be a Record Piss dich alter du kleiner Bastard Killing Spree Dug wird's mich verarscht Ich hab geschrieben Lauf Dug wird's mich verarscht Was hab ich? Jaaaa Was ist Dug? Äh nix Ich hab's vergessen Der Temo Der Temo Lauf wir Grease of the Lane geht Ja weißt du aber bei uns beschweren sie sich immer dass der Temo zwischen den Towern läuft Fuck Lassen, die Achta, ja Bin wir weg Hau da rein und viel Spaß euch noch Jo 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 Ihr abgeht wie ein Zäpfchen! Er ist tot. Guck dir auch. Ich lasch mal gerade noch ganz hinten ab, ich halt laufe. Nein, vielleicht bleibt mal hier bei uns. Ah, wie er greedy wird. Was heißt denn hier greedy, man? Ja, Dark. Willste einen E haben? Ich bin irgendwie mal getroffen. Ich ehe mich jetzt einfach rüber. Ich scheiß drauf, Alter. Aufsache er ist tot. Ja. Loll. Haben die Watts? Wieso kommt der zurück? Ich hab ihn geholen können. Kannst du sehen, ne? Ja. 13-2. OP. Ey. Mein Gott, der Minion, ey. Ja, der Timo hat ein Problem. Ja, der Timo, der Timo. Knifeless kommt nach unten. Ah, schade. Äh, Knife, warum kommst du nicht runter zu mir? Wtf? Wtf? Ja, weil er nicht zu mir gelaufen ist. Er ist einfach da oben stehen geblieben. Mitten im Fight. Wieso ist der so schnell, Alter? Der Einer-Boost hat. Als die ist. 3, zurücklaufen, sobald du den Speer angreifen, sobald du den Speer schießt. Ach, Mensch. Dass man das wieder Nidalee sagen muss. Der 50 kill am Arsch. Der Drake. Äh, der Drake. Mein Junge. Der Yi ist so verdammt stark. Wow. Der Das ist so assi, ey. Als Grease drückt. Schade, was die Triff. Na die? Na? Ja, schön Minions fahren. Wir haben zwei Minions, nein? Piss dich bloß, Alter. Machst du? Ja, habe ich gesehen. Falsche Route. Also, ich weiß, was ich meine. Bitte wenden. LOL! LOL. Du hast kein Crit? Du warst nicht da! Du bist so ein Arsch, Alter. Danke, danke. Du bist so ein Arsch. Greif doch an! Du hast ganz genau gewusst, dass ich sie noch bek- Tja, Master, du hattest gleich mal eingereift, dann kriegst du auch nisses. Mein Kill? Nein! Du bist so ein Arsch. Nein! Wie, Freezer, super! Ich schreibe und krieg zum Blatt. Ja, komm, was wird denn du? Die Alter, bist du behimmert im Kopf oder so? Brauchen wir dir hier hin, danke. Ich möchte hier irgendwann mal weg. Nein, du kommst nicht weg. Da ist ein Greasy. Scheiße. Wann wirst du ein Greasy? Ein Greasy. Hat jemand einen Ward? Ey, Tagstämme, bitte über die Wand einen Ward. Nee, leider nicht. Warte, gleich. Oh, lol. Oh, lol. Nice. Boom! Dead Spear. Da. Tor. Hoor. Na je? Na? 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 Geh, geil, das ist so geil. Geh, geil, das ist so geil. Gallo. Loll. Da Tor. Weißt du was aber, du greif ihn an, du kriegst den. Muss einfach nur den Q jetzt dodgen Ja einfach nur die Q, das kann ich auch Wow The fuck Verbiss nicht Alter, könnt ihr mal aufhören meine Kills zu klauen? Free, nein! Nein Free, du stirbst am Dodd! Ich sterb ihn gerne Ach, schade Verbiss nicht, das ist mein Triple Nee, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn Free kriegt ihn Ja Ja Hä? Free hat ihn bekommen durch deine Trap Genau das Gold, was ich brauchte Haikuchen Kann ich auch No Naiv 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 Wie er sich flasht Wie er sich flasht Der G, geht mir so auf die Eier Ich lef dich, ich lef dich Wie er sich flasht ins Ziel, Alter, bist du peinlich, Alter! Nein, 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 nein OH MY GOD der G, da hinten, der G, da hinten Oh Gott War der Gott auf K? Was? Ich glaub' der war Gott auf K Er ist unten lang wahrscheinlich Da ist er Omo Wie er wieder auf die Lane geht Ist das so gemein ey, da komm ich extra mit Jetzt kommen wir auch durch KS, oh mein Gott Oh Loi Oh Loi Ich brauch gar nicht weiter Hallo, hier unten ist übrigens ne Catelyn Ok, ich komm und warte Killing Spree Wo ist sie? Da unten Ok Oh mein Gott Ja komm her Rennen durch das Gras AHHHHH Jetzt laufen wir über die Lane, NEEIN Warte, der wird von mir jetzt gekillt Ja Wie er noch extra alt Du bist so ein Arsch Oh fuck ich will rüber, oh Loi Geh es nicht je Old Ich hab mir ne Old Boom Bitches Let's go Wir sind der Stoßtrupp, wer laufen Geht oben lang 3 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 Wie er immer an der gleichen Stelle lang läuft Das ist so lustig Caro Warte doch Bene, es ist auf mich man Ich will wenigstens einen Assist, ey Du bist so'n Arsch Danke Hey unser Temo Ok ich komme Nicht Timo bleibt mal bei uns Ja bitte Wenn sie, wenn die kommen kritisch sie Dark fickt sie Und ich Ja ich kritisch sie Ja 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 Und Fliesbär Und Fliesbär Und zielt den Kill Scheiße der hat dich doch voll getroffen Kannst du mir nix sagen Kann man jemandem wieder worden Ich muss mal weg, ey Ich brauche wieder Mana Alter, lauf doch mal zu mir, Alter Und lauf nicht die ganze Zeit zu irgendwelchen Typen Lauf doch mal zu mir, Alter Legendary Unstoppable Komm, komm, Caro, komm Nimm den Ey, scheiße, man. Oh, was ist denn los hier? Caro! Nice. Nifles, komm mal her. Ja, du krass tankig dir, Mann. So was ist denn? Wo kann ich die Kirs zielen? Greasy, meinst du? Ist alles geworden, Data. Kann der Minion sich doch mal pfisten? Ich habe einen Creep bekommen durch meinen Speer, fuck. Kommt mir her, ich habe jetzt gleich wieder Clarity. Kann mich nicht bewegen. Noll. Fuck. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für, wenn ich in die Trap reinlauche. Ich habe also noch einen Creep dadurch. Noll. Alter. Sack. Na. Na. Wieso alles, was denn keiner? Ah, das geht nicht. König geht das. Nein, durch die Wand kommst du nicht durch. Doch. Nee. Du kommst sogar durch die Wand da durch. Oh, das ist der Name. Wie hat sie sich flaschen? Ja, durch die Wand kommt man ja auch durch, aber durch die hier kriegt kommt man nicht durch, könntest mir nix sagen. Okay, dann komm. Durch die bei Baron weiß ich, dass man da durchkommt. Nein. Wow, 44 Gold noch. Oh, ich fehl, das ist auch noch. Hey, oh mein Gott, ich bin halt so schlecht. Ja, siehst du, man kommt durch die Wand nämlich auch. Vorsicht, ja, wenn... Wow. Riesgeißer. Danke. Freeheal dich mal, bitte. Nur weil du lieb bist. Danke. Pff. Das war so gemein, sie stand da ja nur drumrum. Let's go. Beginnt das wieder. Komm, krieg's noch. Komm her, mein Master. Ich komm rüber, falls sie kommen. Bad, too bad. Das war einfach schlecht. So bad, ne. Das war Absicht. Warum kennen unfit, kennen unfit. Ja, bin noch da, aber... Alter, jetzt bin ich auch noch tot. Das und Dark bekommt ihr noch, ey. Verdammt! Hast du Lust, mir einen Tower zu tanken? Er geht nicht weg. Er geht weg. Hast du Lust, mir einen Tower zu tanken, Dark? Nö. Will mir jemand den Tower tanken? Kann mir jemand den Tower tanken? Soll ich gerade? Soll ich gerade den Tower tanken? Ich glaube, die lassen Dark da jetzt einfach stehen, weil keiner Bock hat, auf den loszugehen. Da kommt ein Fitz. Ja, super, das Tod. Ja, weil er Flare hat. Rennen, Rennen! D2P. 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 Ist doch ein Scherz. Warum gehen die immer dann auf, wenn ich übel gefedert bin? 42,6. Bist du schon die ganze Zeit? Ist doch egal. Ist doch egal. Ja, aber jetzt bin ich mit Ezra gefedert. Das macht mehr Spaß. Ich bin weg, ich esse mir erstmal was. Du isst dir erstmal was? Du isst dir was, ja.